La valorisation des Collaborateurs, grâce à la Formation, est surtout très flexible. Et donc, c'est que j'ai l'impression d'un long terme d'Ohan. Ja, bei mir hat man ein gutes Arbeitsklima. Il concetto franchising est structurato molto bene de l'azienda madre, de la Coop Mineraloil. Man erwirtschaftet den ganzen Umsatz für den eigenen Laden, für sich selbst, die Marge, die man erwirtschaftet.